ja die werden ganz schön laut jetzt kommen sie kann ich bestimmt bestätigen schnell gloomer fliege hallo und ich glaube ich bleib gleich hier oben sind im spiel und die machen gerade schon die ersten fertig auf gloomer auf jetzt wird es dunkel erst mal eine runde eingeschlafen nein die dinge schlafen ein der tötet gloomer ich muss ja irgendwas anzünden irgendwas in der nähe ist kein baum und nichts ich würde ja gegen den hund kämpfen aber doch hier ist ja ich habe ihn getötet käfer gerettet ja du willst auch was kommen ja ich habe eine spinnseide wanzern jetzt kommt nur wir gehen nach hause hast du deinen schon tot ja ja ich bin ja auch hin die schlafen wir alle ja du bist kacke so ja das lief doch ganz gut jetzt darfst du schlafen kleiner käfer ich höre schon mal um meinen käfer rumzuschieben den wahnsinnig lauten käfer so komm attacke genau hier oben hin ist ok ich brauche farm weil ich habe ganz viel kacke dabei ok die büffel die droppen ja gut kacke und kacke ist essentiell für eine farm also das heißt jetzt nicht dass die farm kacke ist aber im prinzip schon irgendwie dann doch verflixt nein so wo ist denn wo geht es denn jetzt hier war doch hier den weg runter oder und da ist ein hase hase ein toter hase wo ein noch und noch ein toter hase also jetzt noch ein toter hase da ist ja günstig ja jetzt bin ich wieder schwächer geworden so wo soll ich denn die farm hinstellen so food eine farm die platziere ich jetzt hier so ich brauche noch zwei kacke dann könnte ich sogar noch eine bauen jetzt erstmal was leckeres zu essen machen aber warte mal verbrate ich erstmal das monsterfleisch hier haben wir da auch noch zeug drin genau was los käfer was wir unsinn das stapeln wir das kommt hier mit rein das bin ich auch mit rein das kann da alles rein das hält sich eine weile so ich habe echt ein kleiner so dann stapeln wir den spaß hier schon mal ich habe sogar schon ein spinnnetz der käfer mann der macht die ganze zeit krach hier alt merkst du nicht wie kannst du das aushalten so ich habe keine ganzzeit krach ich habe nur alt ja 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 ist ok der kagentz was ist denn dein lohhase so ein weiterer triumph für das essen ist echt super lecker in schirmens ist lecker das kommt dann wieder rein dann kommen wir noch wird mit bären aufgefüllt was hast du gefunden für die gut so am nächsten tag wäre ich wahrscheinlich mal ein bisschen im westen war ja unser portal ich glaube ich werde hier übernachten okay das ist dunkel und dann schläft ist nicht dran so da habe ich viele samen hier runterfallen von den ganzen vögeln bisschen wüste ist ja der witz ich hätte den kühlschrank vielleicht ein bisschen näher dran bauen sollen aber das schöne ist wenn jetzt einer irgendwas macht dann keine andere in der zeit weil der kühlschrank die ganze zeit auf und zu ist also ein bisschen holz da rein könnte ich eigentlich noch ein bisschen holz sammeln jax wahlweise so sammelt die sammelt die sammelt die sammelt die sammelt die sammelt die eigentlich brauche ich gar nicht kommentieren das macht der käfer schon die ganze zeit als ob einer stammelt ist ich habe die gears schon wieder für irgendwas braucht man doch auch nochmal zwei gears oder irgendwas wichtiges für die flingomatik kann sein dann kann ich auch hier müssen bleiben wo bist du überhaupt jetzt gerade genau äh lass mich gucken ich bin ein bisschen abgedriftet also im norden oder was jaaa jaaa ne du kennst du hast doch diesen sumpf gefunden ne ja hier geht noch viel viel weiter das ist gut zu wissen und dann ist hier so ein ganzes riesiges gelände voll mit bienen und danach kommt eine wüste ok ich will hier nämlich blumen sammeln und dann wandern ah ja hier sind auch steine und so da ist nicht das tall bird was ich dann gleich klauen möchte ich pflanze ein paar bäume damit mutter natur mir gnädig sein mag wo der käfer mal die gusche hält weißt du denn wenn du hier den charakter wendy spielst und die ihren geister hat ja der fliegt wenigstens stumm nur hinterher der wahl sagt ja nix der käfer der ist ja in der zeit nur am sammeln aber jetzt wird es auch noch dunkel aaaaaaah also wenn du was gegen den kipper hast nehm ich dir den kerner ab ja ich seh schon ich seh schon wo das hinführt so die kiste ist voll ich baue noch eine kiste ich würde den einfach in den chester reinlegen weißt dann verfolgt der ganze chester noch eine kiste schön so das dann noch ein paar davon willst du mit der wüste? äh ja soll ich jetzt mal sagen ach so die moment wo bist du immer noch im norden oder? jaja bei mich abholen dann kann ich dir doch entgegen kommen ist doch viel schlauer du musst dauerhaft nur diesen einen weg lang gehen keine abbiegung naja erst mitten im summ mitten im summ ok nach rechts lass mich erstmal die nacht hier überleben ja oh da sagst du was es ist nacht so nein ich war grad die minimap angucken und mein Feuer war nur noch ganz 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 bisschen mein Feuer ist auch nicht mehr lang mir ist ja viel groß ich kann reinzoomen dann wirds größer aber muss ja nicht ist ja so also einfach den Weg lang hochlaufen und erst mitten im sumpf stecker ich stecker fest dass mein blumenkopf kaputt ist hier kannst du neue blumen holen no ich kein problem ich kein problem auf dem rückweg werde ich dann die anderen alles klar hier ist auch nämlich noch ganz viel gold und so und hier ist kacke ja wir brauchen elefanten wir kacken dann alles voll dann können wir noch mehr Felder bauen oh da ist noch Monsterfleisch uh zweimal sogar hast gar nicht mitgenommen hab ich nicht gesehen ja das war unter nem Wiese oder so ein Büffel versteckter ja zweimal Monsterfleisch ich hab nur ein Monsterfleisch gesehen gehabt das von Befüllen äh aber gerade gefressen wurde die fressen die fressen aber dann hat er Gras tot gegessen und das sah so aus als ob der das ja oh ja dum 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 mighty so ok also in den sumpfrei in den Weg woran sehe ich denn dass der sumpf mittendrin ist wenn du überall um dich sumpf hast hier ist auch nochmal zweimal Monster meet ach hier ist das Tollwördeck ja weiter lang das ist dann diese Straße diese Straße entlang Tollwördeck ja diese Straße ok dann wenn die sich gabelt äh oben oder unten äh nicht warte wo bist du ich bin hier da da wo du bist ein bisschen Stein und Gold mit kann ja nicht schaden so wo bist du denn jetzt hin rechts ach da ach ok ist es ich bin hier mal gespannt was es hier so schönes gibt ich gehe mal nach rechts ok da hört die Wüste auf und geht in eine krass landschaft über Ich habe einen Knoten bekommen. Kannst du dem Käfer den Knoten füttern? Das wäre ja schon lustig gewesen. Ja, dann hätten wir eine Verbrauchstab hier. Oh, hier ist ein Baummensch. Was? Oh Gott, hier ist nicht nur einer, hier sind vier. Sowas habe ich schon mal gesehen. Die greifen aber auch nicht an. Nee, nee, die greifen nicht an. Es sei denn, du gehst in die Mitte. Da ist nämlich ein Miner-Set und... Nee, da meine ich auch nicht. Die machen einfach nichts? Oh fuck, hier ist wieder so ein Ding, ne? Ich würde es nicht aufmachen. Ich würde es nicht aufmachen. Ich gehe da nicht dran. Das ist ein Kühlschrank und so wieder. Nein, nicht den Kühlschrank aufmachen. Ich würde es jetzt gar nicht anpassen. Ich mache auch nicht die Kiste auf. Nee, nee. Du machst überhaupt nichts da. Besser ist. Wir machen einen Bogen um den. Das mache ich. Ist auch besser so. Gott, wie viele Viecher hier sind. Das ist halt ja Shit. Wir können ja im Sommer können wir das Ding aufmachen. Vielleicht haben wir dann Winter. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird einfach nur Sommer. Am Ende des Sommers ist es fast geschafft. Du wirst erst mal das Ding aufmachen. Yay, es ist Sommer. Oh, hier ist ein Wiederbelebungspunkt. Und... What the fuck? Wiederbelebungspunkt und Hunde. Okay. In einem. In einem? Ja, das sind ja... Das sind Hunde und Wiederbelebungspunkt. Falls du stirbst, kannst du dich da direkt wiederbeleben. Ja. Oder, falls du stirbst, kannst du dich wiederbeleben und nochmal sterben. Ja. Das ist ja nicht ausgeschlossen mit meiner Aussagen. Ja, da sagst du was, Käfer. Ganz meine Meinung. Ja, ja. Der Käfer die ganze Zeit rumsammelt. Weißt du was? Ja, Käfer. Nee, lass mich doch mal ausreden. Du bist ja immer riesig, ey. Oh, schockiert. Verlässt mich nicht ausreden. Der ist einfach die ganze Zeit am Lovern. Du bist echt riesig. Ich mach das selbe. Einfach mal reinreden. Ja, und du machst dich schlazli. 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 Ach, hier sind die Bäume. Eibäume. Bist du gerade bei den Bäumen? Ja. Komm, ich war zu dir. Wir sind ganz viele Tannenbeweg. Ich mach die gerade einmal schnell auf. Mal die wegpiegen. Ich seh's. Ich seh auch eins. Quer. So, Stöcker. Und hier sind auch ganz viele Antilopies. Und die Bäume greifen nicht an? Nö. Hast du das meiner Set genommen? Nö. Noch nicht. So. Also ich mein, die greifen nicht an. Nö. Die machen auch nix. Ja. Ich seh, hast du mal was gefunden? Tschö. Ich seh, hast du mal was gefunden. Als ob das mir gelassen hat. Nein. Ich hab das schon vorher gesehen, aber ich hab's hier gelassen, damit auch mal was, da wo das die Bäume sind. Jetzt sind hier mehrere von. Aber hier sind auch Antilopies. Ich bin's grad mitten im Antilopenschwarm. Und treib die auseinander. Huiiii. Wir müssen ein Nachtlager aufmachen, ne? Ja. Hier, mitten in der Wüste, oder? Hier. Äh, hab ich Essen oder brauche ich Essen? Weißt du essen? Ich hab Essen. Willst du was? Ja. Ja. Nicht, nicht rum. Ja. Oh, warte. Ich hatte keinen Platz. Ja. Ich hab schnell noch nen Schmetterling gegessen. Hm, Schmetterling. Ja. So, ich mach jetzt, keine Ahnung, ich mach jetzt hier nen Lagerfeuer auf. So. Besser komm her, damit ich dich befüllen kann. Ich hab auch Gears. Stell ich grade fest. Unberrote Fehler. Ich hab die Schmetter reinlegen. Ja, wie denn? Ja, wenn ich fertig bin. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Das geht einfach nicht. Eher mit verwurstelten Tabeln. Achso. Oh. Ist ja eine Spinne. Ich hab auch ne Spinne gehört. Spinnen. Der Schnarcht. Der, der Käfer schnarcht. Echt? Der Schnarcht. Das ist nicht? Nein, der flettert nur mit den Flügeln. Ja, der macht schnarcht. So. Ähm, ja. Hast du den Knoten? Den hab ich da reingetan. Echt? Da war Platz auf. Verdammt. Ah, ne hab ich nicht. Quatsch, Quatsch. Hab ich nicht rein getan. Nein, ich hab dir grad den Knoten gegeben. ist okay hat alles seine richtigkeit hat alles seine richtigkeit ich habe ich hab's in Chester reingetan der Käfer ging mir auf den Keks diese angenehme Stille ohne dass die ganze Zeit ich weiß ja nicht wo du bist aber ich laufe hier gerade durch so einen riesigen wald ja da bin ich auch und auf der anderen seite ist ein Steinbium ich bin ganz heiß ja dann bist du da Eis Eis Baby die Mieter der Sonne wieder der Hände einfach nicht los er kommt immer wieder zu mir zurück Nein Hilfe noch mehr Eis eigentlich müsste ich auch noch ein paar Steine sammeln keine Steine mehr kommt herrlicher Steine alle rein in meine Tasche das Biom ist ja so riesig ne vor allem wenn wir glaube ich hier nachher unten und dann links laufen kommen wir am Portal aus ja ist doch gut das ist doch ne gute Sache oder ja das Biom ist echt riesig Hammer ja dann hier noch das mit das Biom wie gefällt mir 2 Gold aus einem Gold also aus einem Gold aber 2 Gold rausbekommen juhu so jetzt meine Axt ne meine nicht Axt Spitzhacke kaputt gegangen verflicts 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 vermaledeit na nimmst du das mal mit so also hier in dem äh Steinbium ist echt viel Stein mhm das ist wirklich so riesengroß das ist aber gut weil dann haben wir immer genug Stein Nitro und äh Goldfeim hier sind mehrere Tallbirds oh verfolgen die mich ich hab nichts getan du hast dir ihr Ei geklaut hab ich nicht die verfolgen mich beide ich hab manchmal euer Ei geklaut ja dann wirst du's bald machen das ist Präventivrafe was die da nehmen oh Gott wir laufen drei äh drei Vollwitzen warum nur frage ich mich ah ich muss was essen komm hier hop hop rill in den Kopf mighty